herzlich willkommen leute zu einer neuen runde league of legends wir supporten heute auf der bot lane und zwei folgen wird es geben die erste heute nächste nächste woche ihr kennt das ganze und bei der folge heute sei zu sagen am anfang könnte es facepalms geben deswegen da müsst ihr durch bleibt dran es lohnt sich wirklich danach die steigerung dieser folge ist utopisch ihr müsst dranbleiben ihr müsst euch anschauen habt spaß und schönes morgen ende damals hatte poppy doch skaliert mit run speed oder war das nicht so ja damals war schon ganz lustig ich will so ein legacy bild mal spielen ja dann geht auch mal vor riven ich gehe nicht vor leute der ist da nicht klauen wir im blut hm wenn jetzt keiner da ist was könnte denn der fall sein alle afkar okay das könnte noch sein ach smugl holt noch kaffee dann kommt er gleich hier noch durch die lane wir können ja noch länger warten sooo sunfire cape damals war auch awesome auf garren Komm schon, muss ich flashen? Ja Ich habe lange überlegt Aber wenigstens habe ich den Thresh Angehauen Moment Wer ist meine Botlane? Okay, Cannon bleibt Cannon bleibt Das heißt aber, Elise wird noch einen Run machen Die ist nicht weg Mein Fehler Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler Oh Gott, erst mal die Botlane gewinnt Ich habe den Haken, die Range echt unterschätzt Ich brauche einen Indikator Er hat von hier nach hier gehuckt Jetzt muss ich mir das kurz notieren Beziehungsweise bergen Fast Fullscreen Ich habe ihn echt unterschätzt, den Haken Aber die Cade scheint gut zu sein Das kann ich noch retten Also gut machen, nicht retten Dann versuchen wir das noch mal Wieder back zu holen Alter Jetzt habe ich aber eine Frage an euch Oder ist es 1 zu 1 identisch? Blitzcrank Hook Gegen Thresh Hook Gleich lang oder nicht? Gefühlt würde ich sagen Blitzcrank kürzer Blitzlänger? Er hat Blitzlänger geschrieben Wenn Blitz noch einen längeren Hook gehabt hätte Dann wäre es ja fast wie bei Patsch Schaffst du nicht? Hallo Was sollte denn da passieren? Nee, ich bin Ich glaube, ich muss die Zone scanen. Ich glaube, die Zone macht mehr Sinn. Was erinnert sich eigentlich hier? Das CDR geht wahrscheinlich runter. Okay. Thresh, Reichweite, 1100, Geschwindigkeit, 1100, Blitz, Target Range, 1900. Ich hatte nicht die Intention, sie mit OuterTechweiten noch zu töten. Das habe ich ja später gesehen. Ich muss ja den Charakter einschätzen. Ich hätte auch noch einen igniten können. Wenn es bis da ready war. Ich weiß es nicht. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte Ignite auch irgendwo mal gespammt. Den Ward hätte zuhaben sollen. Ich muss gleich Wards kaufen, wenn wir noch Einkampf haben. Einkampf gewinnen wäre geil. Verfehlt. Als ob. Ich bin so bad. Bitte komm weg. Bitte. Warum hat der erste Tower-Hit keinen Damage gemacht? Ich bin so schlecht auf der Bot-Lane. Ich hoffe noch zwei Heiltränke. Für mich ist das so, wenn der Thresh auf die Kate geht und nicht auf mich. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ach scheiße, nicht Q-Max, aber egal, 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 Gewohnheit. Okay, alle sagen, cool ist nochmal, wir machen es einfach, einfach, dick, einfach, einfach machen, ich glaube, einfach machen ist immer am besten. Einfach machen. Jawoll. Scheiße, da sind die Spinnen im Weg. Wer ist das, auch Gegner? Ich glaube, den Thunder hätte ich sehen können, das ist super lustig, als Jungler fällt mir das immer auf, wenn man den Gegner hätte sehen können, als Supporter nicht, oder als Botlaner. Was hat denn mein Q jetzt abgefangen wieder? Wieder eine kleine Spinne? Spinne war nicht mal zu sehen. Hier unten ist aber auch gut was los, Alter. Da muss man, die trifft aber auch alles, ist die Hitbox so insane? Der hat bis jetzt jeden Stun, glaube ich, getroffen, das ist mega crazy. Ich bin auch dafür, dass der Nocturne einfach mal eine Ult drückt, wenn wir gegankt werden, muss ja nicht mehr kommen, als das. Größte Hitbox ever. Jetzt kann ich mich eigentlich mal bewegen. Ich glaube, die Bot ist miss... Warte. Nur damit, falls noch nicht jeder gesehen hat. Nächste Runde wird lustig. Da spielen wir Spiele, die Lane einfach richtig und tu so, als ob du alles richtig gemacht hast, die ganze Zeit. Das wird gut. Da freue ich mich, aber die nächste Runde freue ich mich. Die wird wieder besonders gut. Mal sehen, wo ich autofilled werde und wo ich professionell spielen darf. Ich gehe direkt auch mit der Mentalität rein, dass ich der beste X-Laner EU-West bin. Egal, wo ich halt hinkomme. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. Ich bin einfach der Beste. So, komm. Habe ich auch gemacht. Ja, ja, die Stundenglas. Ich habe es auf die sieben gesetzt, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht ready war. Nicht da irgendwas. Alter. Ich wollte es nicht kaufen. Aber, wenn das Spiel sagt, ich nehme den Ball ein bisschen auf Damage. Das kann auch nicht schlagen. Und, ja, gut, der Magen war es natürlich noch voll. So. Eigentlich, ich wollte das Ding gar nicht kaufen. Aber, das wird mir hier zum Sieg bringen. Wird nice. Was kann das? Mehr Warden. Nice. So, nix undo. Wenn das Spiel, wollte das so. Das Spiel, wenn das Spiel mir sagt, du hast gekauft, dann haben wir es gekauft. Wir werden das nächste Spiel so spielen, als wenn ich nichts falsch machen würde und alles gewollt ist. So wie das zum Beispiel, wo ich fast in die Gegner gerannt wäre. Das war alles geplant. Und dann auf, hier, Trick 17. Ja. Okay. 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 Das war nicht gut Man könnte fast sagen, das war schlecht Aber, das sagen wir ja nicht Weil jetzt kommt Doctrine Alles vorbereitet Man Mr. Smarty Pants Ja gut, ich habe meine ADC verkauft Passiert, passiert, passiert Ja Und noch ein Punkt in die E Dann überlebt was von der Elise Ich werde beim Level Up gucken, wie groß der Unterschied ist Aber wir machen ja Damage gerade Wir sind ja darauf ausgelegt, eine Menge Schaden zu machen Unsere Botlane Ich würde sagen Ja Kacke Aber wir machen das Denn Zeddy Boy führt Riven liegt hinten Habe ich noch nie gesehen Aber Is passiert Und jetzt Ich weiß nicht, wo der Vogel schon wieder rumläuft Boing Oh oh, wir sehen nichts Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Den habe ich verfehlt Obwohl er sich nicht bewegt hat Du bleibst mal da stehen Kollege Turnschuhe Turnschu, ne Oh, der soll doch auf die gehen, ey Immer noch Global Elite, ne Äh Oh, das Schild macht dann mehr, ja Aber wir machen cool Oh, Gefahr erkannt Gefahr gebannt Ja Wer seid ihr denn Gib mal Cash Ach, wäre Wäre nicht gewesen, ja Range war noch nicht geil Komm Morg Morg Äh, nicht Morg Ich bin Morg Äh, wie heißt du Kated Liden Da kommt Ein kleiner Gnom Better run Zeddy Boy Stunde noch Oh, neun Ah Nein Du Radde Buh Traut euch doch Hab Blue Ha, ha Gedodged Vision Skilliger Ward Gedodged Snaggedy Snag Kein Mana Ult Nocturne Komm rein Wir gehen raus Stun Boom Ist ja Hot I'm smurfing I would cut off my wings if there were steel strong enough We are the sum of our mistake We are the sum of our mistake Nocturne geht rein Wo soll er sein Machste nicht Hast zu viel Schiss Oh no Geh Ja Ja Juhu Outplayed 800.000 Punkte Ey Ich spiel zum ersten Mal Das ist alles, was ich habe. so wieder mein adc verkauft schade aber moment ich pushe einfach weiter zwei minions ein minion wer kommt denn da ja komm versuch doch gar nicht nebenbei leuchten wir noch ein bisschen aus während wir den skattler machen los weiter kate nachher kein fehler eigentlich ganz gut schieder achtung das war Scheiße, mein Mana geht aus. Das mit dem Mana ist ärgerlich. Jungs, ich brauche Mana. Was hast du vor? Willst du mir anspringen? Ja, das war ja... Also, die Definition. Du bleibst erstmal da stehen, Kleiner. Ja, ja, ja. Yo, wo wolle du denn hin? Was ist das hier? Kann ich die auch? Ah, drück doch. Oh, ein Ort, der dich nie verlässt. Brabadon. So, oh, wir machen den Baron. Da muss ich hin. So, das läuft doch ganz gut, sagt man. Soll ich den Scudler machen wieder? Oh, sorry. Okay, schießen ab. Sehr gut. Guck mal, Thrash. Kannst den auch noch wegmachen, wenn du lustig bist. Mach doch. Mach doch weg. Hallo. Darf ich den? Schade. Darf ich den? Darf ich den? Der resettet. Hallo. Oh nein. Mein Team. Ich wurde bamboozelt. Kate! Ich werde flashen für dich. Bleib du mal da, wo du bist, du Ratte. Kate! Was hast du denn vor? Ist das ein Stun oder was? So sieht das aus. Oh, oh. Dann mache ich Pause. Spiel stoppen. Shield. Okay, ich wurde fertig gemacht. Ja, naja. Der Flash war ja silber, ne? Oh! Kate hat überlebt. Alles, was ich wollte. Und jetzt macht es auch noch eiskalt. Jetzt macht es auch noch eiskalt, den Dragon, ja? Boah, nur weil ich mich da habe absichtlich sterben lassen, ist die Kate zurückgekommen. Ist wieder wie geplant. Wieder wie geplant, ja? Auf welcher Lane sollte ich Quinn spielen? Ich würde sagen, top. Meine Eigenschaft. Ist erst mal das, was ich sagen würde. Wenn ich Quinn höre, denke ich, top. Ich bin wieder da. Wo ist meine Kate-Link gestorben? Hey, Beutelradde. Hä? Oh, der war für dich. Ja, ja, ja. Ich habe die Cash abgezogen. Oh, oh, fuck. Das ist der Hooker. Ah! Knapp am Hintern gekratzt. Aber, ich habe ja die Range 1400. Ausgemessen. Und, perfekt ausgewichen. Ja, oh, Zeddy Boy. Kriegst du noch ein Schild, dann wirst du nicht gestunnt. Dann kannst du da einfach locker flockig abhauen. Und, ja, gibt es da nicht die da hinten, weil die ja am nächsten an deinem Hintern hängen. Dann slowen wir niemanden. Immer noch nicht. Bleib mal da, wo du bist. Ja, wir haben ja andere Sorgen. Ja. Okay. Dann Hourglass ich halt. Ihr Ganobli. Zack, 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 zack. Ja, war ein guter Versuch. Ja. Ich habe mir einen Skat-Lion, Spock-Mana. Luck-Shot. Alles predicted. Ich wäre es mal mit dem Roten-Shrinkl. Boah, das mache ich, als wenn ich Platin bin. Das ist zu crazy. Das ist ja verrückt. Das mache ich, wenn ich mir Rabadons hole. Oh, Caitlyn. Ah, schade. Hallo, machen wir den? Den da. Den da. Ja. Und go. Peng, peng. Okay, dann nicht. Geh du mal weg. Dann kannst du... Nein, Jungs. Ah, ich habe dich, Nogi. Vergiss! Forge calmly runtergehe. playbe. Geh du mal weg? Hey, Canon! Der muss bei uns landen. Ah. Huiuiui. Ja? Der Anfang. Schwach. Das Ende? Krass. Die Türchen. Die Türchen. Die Türchen. Untertitelung des ZDF, 2020